Oh, das ist fies, gerade vor dem Ziel. Oh, oh, oh. Oh nein, drei haben das Mäuschen gefangen. Ui, die stürzen. Das hat sicher weh getan. Vielleicht hätte es sich nichts gemacht. Also, wenn sie jetzt Weisprung machen würden, wäre es sehr gut. Ja, im Weisprung wäre es mega gut. Fast der Weltrekord. Ja...